Wenn Sie eine Aufgabe im Formular des CRM-Elementes erstellen, wird Ihr Status auch in der Kanban-Ansicht angezeigt. Das hilft Ihnen, die Aufgaben zu rangieren und sofort zu verstehen, welche Aufgaben Ihre Aufmerksamkeit erfordern. In der Timeline werden alle Änderungen in den Aufgaben fixiert. Die erstellten im CRM Aufgaben finden Sie auch im Bereich Aufgaben und Projekte, um die Aufgaben zu sortieren, wenden Sie den Filtertext CRM an.